Leute, wir lernen, wie man Reifen, also ein Ventil, tauschen. Ventile müssen hier getauscht, ausgetauscht, weil wir brauchen jetzt einen Sensor. Wunderbar. Weiter, weiter, weiter. Jetzt stopp. Weiter, weiter, weiter. Gut. Jawohl, jetzt Ventile müssen abgeschraubt werden. So. Ja, so sieht der neue Ventil aus. Man sieht, dass hier ein Gewinde und hier ganz genau werden die Sensor reingeschraubt. So. Also, so. Ja, genau. So, jetzt ist es fest. So genau muss es sein. Ich habe es vergessen. Ich habe euch lieb. Ventile müssen hier getauscht, ausgetauscht, weil wir brauchen jetzt einen Sensor. Wunderbar. Weiter, weiter, weiter. Jetzt stopp. Weiter, 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 weiter. Gut. Jawohl, jetzt Ventile müssen abgeschraubt werden. Genau. Jetzt rausnehmen. So. Ja, Leute, warum tauschen wir? Also, mit dem Sensor muss hier Gewinde drin. Es ist kein Gewinde. Ja, so sieht der neue Ventil aus. Man sieht, dass hier sind Gewinde und hier ganz genau werden die Sensor reingeschraubt. So. Also, so. Innen ist 14, außen ist 15. So. So. Ja. Genau. So, jetzt ist fest. So genau muss es sein. Ich habe es vergessen. Ich habe euch lieb. Also, ich habe es vergessen. Ich habe es vergessen.